Mami, nicht zum Apfel, ja? Nee. Nicht, dass ich jetzt mache, du filmst gar nicht. Nee, ich filme. Zeig mal. Gut, ist auch freck. Also, ich hab was gefunden, dass ich das irgendwie grundlos witzig finde. Guckt euch diese Eisfläche an. Ich geh jetzt mal ne Runde Eis laufen. Ist halt nur Schnee, ne? Und der Schnee... Der Schnee... Wir machen jetzt die Leber hier. Was? So, du... Das sieht so witzig aus, ey. So. Schneeball, Schneeball, du bist dran. Wieder zerquatscht. Jetzt... Jetzt... Jetzt...